riesige zwei zimmerwohnung halle an der saale saniert großes eingangsbereich einbauküche hier ein bisschen rum gehen wir gleich mal in den großen bodenbereich schön mit ärger fenster bis zum fußboden runter super schön ruhige seitenphase gehen wir mal zum erger vor wir müssen auch noch im bürogebäude behindertenmarktplätze jetzt machen wir mal einen schönen blick ins super schön große zimmer wir haben zwei zimmer 80 quadratmeter da gibt es in berlin nur 50 oder 60 schüler dierenbereich bei saniert neue elektrik auch mit laminat ausgestattet super schön große schlafzimmer ruhige seitenstraße fünf minuten bis zur fußgängerzone sieht man das große dealen bereich noch mal jetzt haben wir hier die einbauküche schön mit ceranfels kleine einbaustenken oben drüber auch ruhige seitenstraße auch ruhige seitenstraße sehr angenehm schöne bunke schön wie gesagt fünf minuten bis zur fußgängerzone haben wir hier noch mal ein kleines karderobenbereich hohe wände jetzt kommen wir in die nassecke wir haben ein großes duschbad da hat den anschluss für die waschmaschine toilettenbereich großes fenster großes duschbad großes duschbad da die wasserohr jetzt sieht man das karderobenbereich besser hier das dierenbereich nochmal beide zimmer gehen separat ab vom eingangsbereich dann noch mal ein blick in das superhelle große wohnzimmer und dann sind wir durch die zwei zimmerwohnung alle andere saale schon wieder durch schlafzimmer nochmal euch einen schönen Tag und danke fürs Zuschauen danke Tschüss.